Hey Leute, herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Hyvesgate 2.0 mit dem Kai, hallo. Moin. Wo bist du eigentlich? Ich bin. Achso, du bist direkt neben dir. Okay, kann man auch machen. Ich nehme die linke Kiste, du nimmst die rechts, okay? Okay. Ah, ich will den Helm haben. Gott, okay, das war kacke von mir. Ja, das wird erstmal das letzte Video 2016 sein, denn ich werde meinen PC morgen resetten und dann kann ich keine Videos machen, logischerweise. Und ja, deswegen wollte ich mal kurz dieses Video aufnehmen. Ich habe jetzt schon einige Aufnahmenversuche gehabt. Habe eigentlich jetzt meistens Solo versucht aufzunehmen und dann habe ich den Kai zufällig in der Runde getroffen. Genau. Ja. War eigentlich auch einfach random, einfach so. Zockt halt einfach so. Ich habe gedacht, du zockst irgendwie mit anderen, bist du einfach alleine in den Channel. Ja. Ja, ja. Ähm. So, die Sache ist halt, was ich noch ansprechen wollte, ist, ich brauche noch ein paar Teilnehmer für Hexical War, weil einige gekickt worden sind, weil sie nicht hochgeladen haben oder sehr inaktiv waren und nichts gesagt haben. Deswegen werden solche Leute direkt entsorgt. Und deswegen brauchen wir da halt neue Mitspieler. Deswegen nicht wundern, wie gesagt, wenn ich mich jetzt momentan nicht mehr drum kümmere, weil, wie gesagt, ohne, ähm, also mit einem frisch aufgesetzten PC geht das schwer. Da ist ein relativ stacked Typ, ne? Ja, ich weiß, der ist ein Zuschauer von mir. Okay. Trotzdem töten wir den. Ja, ja. Ich sollte mal, ich sollte mal die Zuschauer von der Friendlist remove hin. Hat, ist denn der nachgejoint oder was? Ja, ja. Da unten ist einer. Ich helfe dir. Oh, der hat kassiert. Mhm. Ja, der Feuer in der Vore, äh, Vordere. Fuhre. Der Fuhre? Der hat den Dicke Place ausgemacht. Hä, okay. Ich erkenne den. Hit, 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 hit. Oh Gott, drei Herzen. Pass auf, warte. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Der hat FNS-Tallock, oder? Ne. Warte, ich kann dir einen Hit geben. Auf ihn. Oh mein Gott, okay. Ich wollte ihn dir lassen. Ja, vielen Dank. So, hier. Schwert hast du schon, ne? Hast du einen Eisen? Ähm, nein, hab ich nicht. Den DIA? Ähm, ja, hab ich. Echt? Lol. Der Easy DIA-Schwert, würde ich mal sagen. So. Äh, weiter zur Sache. Also, wie gesagt, werden jetzt erstmal ein paar Videos, äh, ein paar Tage die Videos ausfallen. Und, eben, Januar solltest dann, ich weiß nicht, ob es schon der erste ist oder der zweite. Ich denke mal schon, würde es dann wieder weitergehen. Und, ja, deswegen kann ich auch jetzt nicht zu neuer irgendeinem Video planen. Ich wollte irgendwas machen, aber, das geht halt vor. Und, wieso ich das überhaupt machen mit dem PC? Die Sache ist halt, ich hab halt ein Virus. Da ist einer. Ja, wie sehen. Ich hab halt ein Virus auf dem PC und... Es ist jetzt zwar kein krasser, aber ich hab eine CP-Auslastung von 25 die ganze Zeit, obwohl ich nichts mache. Also, wenn ich den grad hochfahre. Und das ist halt mega nervig. Konnte ich halt nicht hitten. Wir haben beide keine Rods, ne? Okay, der hat eine. Null. Ich hab dich, glaub ich, die ganze Zeit gittet. Egal. Einen Ding. Ähm. Ich sag mir... Hat der da zwei Rods? Ich sag mir selber kein Ding, ja. Ne, ist auch kein. Ich meine, wenn ich nicht sterbe. Hier. Äh. Oh. Ah, cool. Hast du noch eine gehabt? Mach mal den Typen an, hier. Äh, lol, lol, lol. Der bewegt sich ja richtig komisch. Wie sieht denn der aus? Der hat FNRs aufgefasst. Der wollte grad playsen. Ja. Alter, ich bin zweimal im FNS, gell? Ja, zurück... Ey, ich werd zurückgepackt. Nice one. Okay, der hat uns grad richtig gut gegeben. Lass mal... All bis jetzt? Hauzeit. Ne. Kommst du weg? Ja, ja. Ich rot, spamm ihn nur, damit er dir keinen Bogenschuss geben kann. Ja, ja. Versuch einfach wegzukommen und dann... Ja, mach ich. Oh Gott. Pass auf, der schießt auf dich. Ja, ich seh's. Der ist ein bisschen am Tryharden, der Junge. Achtung, pass auf. Ja, gut, wir sind noch ein Team da. Ja, lass mal ein bisschen weggehen. Kann wir anders klatschen gehen? Ich hätt keinen Bock auf diesen Tryhard. Ja, ja, da oben ist auch noch... Okay, da kommt jetzt die ganze Zeit. Wo ist noch einer? Ne, ich bin halt immer noch ein bisschen low. Da oben auf dem Berg ist jemand, aber der ist weit weg. Was ist denn jetzt? Du gehst immer dahin und gehst wieder zurück. Als ob du am Neujahr ein Video hochladen wolltest. Ja, sowas wie so eine Rückbände. Hast du das selber gemacht, also sag nix. Ja, stimmt. Aber am 2. Januar. Nee. Ich hab das sogar an meinem Geburtstag geschnitten, gell? Ich glaub so, ich war so ein No-Life-Hone-Spaß. Jetzt hab ich nicht mein Sohn. Okay. Das ging jetzt relativ schnell dann. Bald noch ein paar Schwerter wegen Deathmatch. Aber die Runde scheint endlich mal gut zu laufen. Ey, einmal wechsel ich den Account, ne? Direkt ist wieder... geht's eigentlich wieder klar. Aber vorhin hat halt übelst abgefuckt. Ich bin schon lange nicht mehr ausgerasset zu Hardwing-Minecraft. Das war jetzt ein bisschen faildeutsch, aber egal. Pass auf, der Tool ist so, als wäre der AFK. Wo bist du? Siehst du mich nicht mehr? Nein. Er ist so ein Typ ohne Brust. Achso. Heißt er Dorfkind? What? Nee. Hey, wieso? Was? Wie heißt er dann? Isle of Marlin? Dorfkind? Äh doch, Dorfkind war das. Forever Dorfkind. Kin. Dorfkin, nicht Dorfkind. Dorfkin? Oder ist das D, wird nicht angezeigt. Das ist das D, wird nicht angezeigt. Achso. Dorfkin. Bester Name. Der Typ hat ne Blaze Rod in der Hand, der andere Typ. Was macht die? Weiß nicht. Vorsicht. Lass mal nicht so zeigen, dass wir teamen, sonst teamen sie auch. Hab ich gar keinen Bock drauf. Nee, das ist der Zuschauer, der weiß, dass wir teamen. Achso. Dieser Isle of Marlin. Genau. Okay. Alter, dieser Forever Dorfkind spammt kein 30. Er tötet ihn. Achso, ich dachte, er blockt da vor dir. Was für Hilfe? Ja, er will FTS Place and Save. Nö. Geht relativ klar, wenn ein Full Life... Alter, dieser Dorfkind, ähm, hat gerade ungefähr 30 Pfeile geschossen. It's no joke jetzt. Oh. Alter, was los mit dem? Hab ihn. Hier. Ist er 1v1, oder? Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Hab's ihm gesagt. Okay. Ja, er hat einen Schaden ist 1 Eisenschwert, ne? Ja, eben deswegen. Okay, das ist ein bisschen hart. Bin auf... Jetzt nicht zu lange mit dem Deathmatch hier. Oh, Mann. Ich hab ihn mal sorry. Ne, was am Arsch, sorry, Alter. Kannst mir Eier lecken. Schwarz. Ähm. Ja, GG auf jeden Fall an ihn. Warte, die Blaze Rot hat Luck of the Sea? Mach die. Jetzt, ob das jetzt irgendwas bringt, wenn du mich damit stehst. Die macht nix. Zieh mal die Schuhe an. Ja. Ja, doch. Ich hab hier noch Eisenschuhe. Achso. Na dann. Von Rot. Äh, ohne Bogen und so, ohne FNS. Okay. Ich lass einfach Stone Rot machen. Stone Rot. Diar Rot. So. Diar Rot. Okay. Ja, 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 ja. Ja, sag der mir damit n FNS-Spiel. Sagen so, ohne FNS der Spiel. Einfach n FNS. Warte. Ich hab's einfach sicher, als habe ich ne Hotbar. Weil ich verliere. Spaß. Oh, Junge. Kriegt keinen Bock mehr. Da macht er den Tur-Roy wie das aussieht mit dem Kopf. Haha. Das sind die 360 Rots. Die musst du auch kennen. Aber du machst mit F5, ne? Äh, war's die Rots? Ja, ja, die 360 Rots. Ja. Ah, nee, das kann ich nicht. Puh. Tiger. Ich schlau's zu. Äh, 3 jetzt. Du? Alles. Als Warhol. Oh, fand ich. Oh, es leckt. Oh Gott, okay, 2 Herzen. GG war knapp. Ja, ich würd sagen, das war's von der Runde. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auf jeden Fall beim Kairo-Probär. Der hat auch mit YouTube wieder angefangen, ne? Ja. Gibt's nur SG 2.0. Ja, also gibt's nur SG. Nur abonnieren, wenn ihr jetzt wirklich SG wollt, ne? Ja. Ansonsten würde ich sagen, das war's von dem Video. Und wir sehen's dann die Tage. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.